welcome back ladies and gentlemen willkommen zu einem neuen video ihr werdet gleich sehen wir machen mein garantiertes winter wildcard pack auf aber ich bin gespannt was rauskommt inshallah neymar das wäre der einzige klasse der perfekt der würde optimal ins team passen ansonsten schauen wir einfach mal ihr seht das garantierte pack von mir natürlich auch genauso wie alle anderen packs kurz und knackig lassen aber wenn ihr neu seit kurskurs für 200 abonnenten ich bin euch mega mega dankbar aktuell rasiert ihr echt gut viele aufrufe viele kommentare likes und 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 viele zuschauer freut mich sehr wenn ihr weiter in zukunft nichts verpassen wollt dann abonnieren meinen kanal aktiviert die glocke und 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 dann würde ich sagen gehen wir ins video so ich hole ich hier meinen winter wildcard pack ab 75 spiele musste ich machen hat halt ein bisschen geholfen dass ich gleich die icon swaps in squad battles gemacht und so da noch mal ein paar spiele gut gemacht und dann würde ich sagen gehen wir ohne viel reden rein abfahrt winter wildcard spieler pack let's go come on jetzt brasilien frankreich torwart mein jahr 88er mai außer neymar hätte mir jetzt eh nicht viel gebracht von dem her all good i'll take that